Und dann bin ich mal jetzt gespannt. Vielleicht geht es ja jetzt genauso weiter, wer weiß. Haben wir bestimmt jetzt wieder so einen Kacknappel. Oh, sieht gut aus. Und, kriegen wir denselben? Ihr habt jemanden, mit dem ihr Muff gewonnen habt und vernünftige Punkte zahlt habt. Ja, hier habt ihr jemand anderen. Weil der andere ist ja anscheinend so gut für euch. Wie meine ich? Kannst du ja mitnehmen. So habe ich das nicht gemeint. Unser Mett hinten verschwürt das aus. Zwiebeln? 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 Wie soll ich denn dieses Mettbrötchen ohne Zwiebeln essen? Und du nennst dich ein Lieferjogel? Halt deinen Dreck. Das habe ich noch nie als Kind verstanden. Das verstehe ich selbst heute nicht. Der hat doch keine bestellt. Also, beziehungsweise weiß man es nicht genau, aber... Also, ich würde niemals so ausrasten. Vor allem, wenn man eine Pizza bestellt und sich dann wegen der Diätkode aufregt. So, das Zeug und einfach ein extra bescheueter Kunde hat, wo du da stehst. Ja, und die haben einfach für fast einen Tag gebraucht. Also, das ist einfach scheißegal. Ja, ist gut. Darf ich mich vielleicht auch mal bewegen? Danke. Ja, muss ich nicht. Ich komme mit der Situation nicht klar, Alter. Was zur Hölle? Ich habe das letzte Mal. Oh ja. Das ist auch manchmal so geil, wie wir wirklich kurz vorm Sterben sind. Und in den letzten Sekunden kommt er einfach so ein Siegfeier an. Naja. Uff. Wie bist du? War tot. 4,30. Alles. Ja, Mann, 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 Mann. Und wer fällst ihn nicht? Oh, das. Dann fällst du auch. Ach, der Hausmeister da drüben. Angst, indem er angeschlichen kommt. Jawohl. Hast du noch einen Hausmeister? Noch einen. Ich hab' mit Brust, klar. Lukas, ja, ich schieße da ungefähr eine Million Eier gerade hoch. Ich krieg's ja mal die einen. Oder so eine Strahlemann muss er nach oben hier schießen. Wir haben die... Oh 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 ich hab' noch keinen Zeug. Hier haben wir. Hier. Hier. Ein gelick. Ja. Tragen, Mann. Oh' Ich hab's noch irgendwie geschafft, das einzuführen. Watz. auf den weg ich traue das auf mich wieder also wenn es heute läuft läuft aber sonst also gabel nicht fliegen was tust du da ja direkt geschoben wird ja noch keine richtigen waffen dafür doch wir leben doch alle sollte das denn jetzt ganz schön matic und dann setzt sich wirklich youtuber davor und sagen wie geil das spiel ist und er würde den bars enthaupten also ich hatte bis eben noch ein streamer und da kommt ich hatte bis eben noch eine menge freunde kommt dieser blöde seilmann so und macht mich überall schlecht ich weiß genau was dass du über mich mitten wirst zum teufels eigentlich mit dem wetter los krieg gerade auf meinem handy die mitteilung dass morgen wieder drei grad wärmer wird ja das ändert sich jeden tag deswegen habe ich auch immer kopfschmerzen aktuell von diesem wetter im schwung ist das total aber nach unten und es wird dunkel das heißt dann wieder mit höchstchen umsonst dann einen einen zur einen wohnen wohnen Ah, der Hausmeister. Guten Tag. Guten Morgen. Richtig. Ich würde es mir nicht glauben. Das UFO. Komplett hilflos abgestürzt. Komplett los. Ist mir überraschend. Klasse. Der Regenmann wollte gerade weiter fliegen und direkt abgestürzt. Ich gehe doch in die Kanone nochmal. In zwei Sekunden, ne? Ja. Ja, ist er gut. Aber das mitbubbeln tust du trotzdem. Ja. 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 lukas steht in der luft okay das macht freude ich bin einfach nicht zerwischt schlecht schlecht gut gut wir haben es geschafft ich bleibe mit der sniper immer hier so in der richtung kopf ja ja doch schön ein bewegung noch auch noch die hälfte die soße gesagt so viel soße ist doch gar kein großes ding 5 eier 8 sekunden 2 eier 4 wieder alle tot, jawohl, alle tatsächlich tot ja, das läuft ja heute immer besser Eis? hat jemand was von Eis gesagt? oh, neues Abzeichen jetzt habe ich das Ufo in Silber ich habe ein Auszeichnung gekriegt für den faulsten und dicksten Seesterne ganz Bikini Bottom der Buzz überragende Leistung in dem Salmon Run Spongebob Schrankhoff Preislieferung ja, wow das habe ich ja noch nie gesehen Alter, wie ist das? äh und dann wird das nicht beendet, ne? nö, warum auch das ist so schlimm, wir heute hatten es echt noch nie ohne Scheiß das ist so schlimm, wir heute hatten es echt noch nie das ist mal doch das ist so schlimm, wir heute sehen uns dass wir heute leben das ist doch Aber ich bin doch die Hälfte. Ich bin so... Richtig! Das war ganz... Nyaaah! 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 Das war ganz... So, und dann kommt wieder so eine Raketen heim. Oh, plötzlich ein Auto. Und dann stirbt wieder alles. Und dann hat er wieder keinen Bock. Und jetzt geht's ab in die Kiste. Ich kann! Wahnsinn! Das war ja abgefahren. Was für eine nette Cornflakes-Schachtel. Wiedersehen, Lukas. Brainflakes. Der eine hatte einfach null Punkte. Hat er sich überhaupt angestrengt? Hier, du kennst doch die Spongebob-Folge mit dem Blasenkumpel. Und da hat doch... Da kam doch dieser Typ... Genau, die haben doch so einen Typ eingegraben im Sand. Ja, das Lustige ist, der ist ja gestorben. Und eigentlich hätte der Blasenkumpel den helfen können. Hölle, Hölle, Hölle. Jo. Ja, und dann hat er den ja wirklich umgebracht. Konntest du auch nix machen, Lukas. Ist vor allem auch geil, wie er unter Wasser ertrinken kann als Fisch. Ja. Die Krügel, du. Und nicht schwimmen können, ja. Uns hat er gesagt, wir sind fett. Trinkt eure fetten Hüften. Ne, dicken Hinzahn, das was. Ja, es ist die Hölle, Prinzess. Es ist die reine Hölle. Und wir stehen hier an wegen einer blöden Blase? Wie gesagt, herzlichen Glückwunsch, sagst du noch mal. Ey, er spielt das Platoon heute zum ersten Mal alleine. Haha. Es ist Connected heute ganz alleine. Fröhliche Nive-Erik-Sontag. Inga, Inga, mit Wurst. Ey, der macht ja sogar was, der Team-Nate jetzt hier, ist ja cool. Höh! Ja, staun. Hättest ne Bombe da hochgeschüttet, ist egal. Oh, dein Apfel. Ich hab' ich drin. Okay, nimm ihn ... ... ich hab' ich drin. ... okay, ne. Na, die Runde läuft mal aus. Ich hab' ich drin. Wir müssen noch mal die lange. zum ersten mal eben wieder wieder eingefahren ist das gibt es Du, 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 du. Das wird bisschen die Zune unter freuen, ist doch ein Schöne. Primo Domin Svenens. Dann siehst du sie, deine abnormen Freunde, nie wieder! nie wieder hier alle tot ja ich komme nicht rüber ach so ja stimmt der heil kommt ja trotzdem doch jetzt hat er nicht. Die Proton hat mich gefressen. Hat sich gefressen. Jaja. Ups. Sechs Eier. Fünf Eier. Ja, boah, ist wieder dauerhaft. Ja, ich hab ne Sniper, was soll ich machen? Ja, und schon geht's. Drei Eier, noch zwei Eier, noch ein Ei. Eins, noch zwei, noch drei. Loch Ness. Sie hat sich entwickelt zu einer riesigen Putze. Ja, damit saugen wir jetzt Luft aus der Atmosphäre. Ich würde sagen, ich würde die wenigsten Punkte haben, versteht ihr? Das geht, wenn es heute wird. Seife gegen. Hey, im Rundhut. Los, Bars. Ey. Ey. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin soweit. Also für mich ist es so bereit, wäre es ins Bett zu gehen. Ja, ich bin soweit. Also das Spiel geht immer wieder durch mich durch. Heute versteht man diese Sprache nicht mehr. Penis, Penis. Welche Hölle hat man das Spiel geholt? Was wir mehr tun? Von der Fleischtheke, ein abgelaufenes Zeug. Das ist alles gut, aber wo wohnt denn eure Mutter? Wo soll ich euch hinbringen? Ja, immer die High-Red lang. Bis zur Höllenförder. So wird's, Jungs. Obelisten interessiert sich anscheinend keiner. Ich hab' mich nicht gesehen. Also, Rio macht schon. Wenn Rio klärt, sag' jetzt nicht nur das mal. Ja, natürlich. Kann man überhaupt mit einem Obelisten tanzen, hä? Ach, komm, hier. Zack. Hat jetzt nix gebracht. Außer, dass es mir Spaß gemacht hat. Und der Rest ist mir scheißegal. Das ist ein sehr talentierter Sniper, den wir bei uns haben. Achso, das ist in Rio. Ist ja der Sniper. Ich meine nicht mal die andere Person da. Ich dachte, die hat jetzt auch noch ne Sniper. Weißt du, was cool wär? Fragezeichen. Und ne schöne Runde. Alle wieder dauer tot hier. Ja, jetzt mach doch den Pickel da raus. Danke. Pickel? Ja, ich weiß nicht, was Blase da oben ist. Ja, aber der Stapler wieder da ist. Bei denen ist auch keine Krühe. Dankeschön. Moment mal. Fähig nicht. Wann bitte in die Presse? Danke. Was macht Mo eigentlich in der Garage? In der Garage? In der Garage? Oh, der feine Herr. Ja, wen nennst du das denn? Ja, in Autosuppen. Ich guck gerade vor Morgi, äh, Wizard in Evil 8 und der heißt einfach die, äh, der große Bösewicht heißt Miranda. Lady Miranda. Oder Miss Miranda. Und er, und er so, Moment, ich wollte die ganze Zeit einen Witz machen wegen Berinda, dieser Marke. Aber lass Miranda, denn sie will, der ist ja viel besser. Was? Ich hab wieder so'n Zinschelz. Muss ich das nicht. Ah ne, wie kommst du immer wieder rein? Keine Ahnung, du bist offen. Ich weiß gar nicht, wie ich irgendwie irgendwas mache. Dann hat mich irgendwer an den Taco, an den Beinen. Kann da einen Taco-Mann? Mhm. Jeder hat einen Taco-Mann. Die machen Tacos an. Eine, die haben Gegner mal wieder gekillt. Ja Bas, du kannst auch mal die Eier nicht ins Wasser schubsen. Ja, das ist halt echt so. Am wenigsten trifft er jetzt nicht mehr so. Also, ich sterb weniger als dieser Inki. So, hier. Oh. Cool. Wollte einfach die nur wiederbeleben damit. Und dann in dem Moment kommt ein Stapler raus. Hab ich den richtig gekillt. So gekillt. Natürlich. Ach, der summe das ein nicht ein. Na jetzt. Oh ja, es gibt wieder schöne Verzügung. Oh, der Nachbar. Ach ne, doch nicht. Das ist unser ja Nachbar. Wir haben auch einen Nachbar. Ja, der ist schon mal ein. Ah. Ja. viele leute gucken eigentlich noch zu einer nur einer zwei ich mache euch sehr viele schlechte ich kann es nachvollziehen aber irgendwie muss ich mich heute am leben halten es tut mir leid oh gott jetzt wieder fragen ja morgen wird viel längerer tag sein ich bin froh dass ich morgen abgeholt werde ich schon mal einen sorgersieger hey hey ich klau mich meine eier ja sie wird zwei stunden am tag sonntag ist nur tag ja sonntag ist mittag frühkindstag glattstag jener geburtstag jassenstag hä, ok, soll ich nicht in der turn sein hier ja auch hier ist ein biabool der ist ein eier ich bin ja nicht so oft gestorben wirklich nicht, ich guck jetzt nach also ich bin mindestens am zweitwenigsten gestorben und allermaximal am viertwenigsten allermaximal da ich bin nur zweimal gestorben zweimal neuer katalogsstufe was war denn das schon wieder für ein teammate 348 punkte fünfmal gestorben jetzt bleiben wir noch einmal malsam und dann ist Schluss ja los jetzt ich weiß nicht wie lange du noch kannst ja wir hoffen, dass wir jetzt nochmal die dritte runde schaffen irgendwann gar nicht in der morgen auch ne runde hier platoon den leuten vorspielen ja klar, mal zeigen wie es geht brocken fry also wenn der nicht gewinnt brocken oder broken ja, ist das selber broken geh weg du stinkst hippo ist froh, den blinden banditen wiederzusehen was hippo und der burgen sind nicht mehr, um den leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen ja, der blinde bandit diesmal kämpft, für unsere königreich doch nur die Figuren davon ich habe leider nur den Suchobis herz ich hätte voll gern auch noch top die Serie, die neue Avatar Serie kommt gar nicht dieses Jahr, die kommt erst 2025 echt ja, ich war voll traurig und die reden alle jetzt schon über den Trailer dieses Jahr da hieß das bestimmt über Live-Action ja, ich hab gedacht, Paul noch einmal ein Alarm, bitte ja, ich versuch's ich versuch's weil das viel zu tun also bei mir ist heute ich muss später noch was vorbereiten dann muss ich, äh ja, eigentlich wollte ich noch eine Sache klären ich muss noch mehreren Leuten antworten ich muss noch YouTube organisieren und dann muss ich warten, bis ich abgeholt werde ja, und dann muss ich leider, äh, sehr, sehr viel trinken ich mach das ja nicht gerne, aber viele Tore leben sie schießt gerade eine Million Eier hoch, Zeug ja, ja, ich bin grad hier da ist der Semriu ja, ich bin das auch immer schön Gruppenzwang trinken ja, ja, also eher bin ich die Gruppe cool, dass die Gruppe allein fühlst du uns an ja, einer macht den Deckel kaputt und der andere muss trinken so läuft das so ist das, ne, ne genau, richtig gut ist das was so runter? nö ist das so dunkel? Tögerel nein, nein ja, natürlich geht der jetzt weg komm komm ja ja, wenn er nicht dann bleibt er der stirbt so müssen die Kleinen jetzt auf mich gehen so ja, und wenn die Eier hier sind dann bleibt er hier, ne nein nein oh, alles haben sehr gut gespielt perfekt, Pro-like Geld holen einkaufen, jemanden helfen, Geburtstag ich schlafe heute nicht lang du auch? Boah, was ist denn heute wieder hier? Ja, neben Boss plus drei, plus fünf, also fünf Punkte. Wenn ich noch einmal absinken kann, dann ist Schluss. Untertitelung des ZDF, 2020